Jawohl, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft. Ja, geile Sache, ich hab mal ein bisschen mit den Einstellungen rumgespielt und siehe mal, es läuft doch alles ein wesentliches Stück flüssiger als was es zuvor lief. Und das feier ich gerade. Das feier ich gerade richtig, weil ich mich da gerade, ja so keine Ahnung, eine halbe Stunde oder was mit beschäftigt habe. Und auf einmal läuft der Shit einfach mal. Aber, also Freunde, ich sag euch, ihr werdet mehr Spaß an meinem geilen Minecraft Let's Play haben. Und ich hoffe, dass es auch so rüberkommt, denn es sieht eigentlich jetzt auch viel besser aus. Es lässt sich auch viel besser spielen jetzt. Und das ist natürlich, das feier ich total. Und außerdem soll ich euch mal was sagen, ich feier auch gerade was. Und zwar muss ich mal meinen Ton hier ein bisschen leiser machen, Sekunde mal. Ja, nu, dann seht ihr das halt, wenn ihr es seht. Keine Ahnung, ist mir auch egal gerade. Das ist ja gar kein Ding, ist ja nichts Verbotenes oder so. Aber ich tausche das hier mal eben, Sekunde, Sekunde so. Ähm, und zwar feiere ich auch gerade ganz extrem eigentlich, dass schon wieder Mittwoch ist. Und das heißt, beziehungsweise das bedeutet, Mittwoch, Mitte der Woche, ja das heißt, bald ist wieder Wochenende. Auch wenn es sich nicht so hundertprozentig danach anfühlt, aber bald ist wieder Wochenende. Und das ist einfach Hammer. Ich feiere das extrem gerade, das ist übelst, äh, übelst geil. Und warum habe ich keine Dings mitgenommen? Keine Ahnung, aber weißt du was, wir holen sie einfach. Ich bin gerade voll guter Laune, Mann. Und, äh, das sollte man vielleicht auch so ein wenig merken. Und eigentlich wollte ich, äh, gerade noch was anderes gemacht haben. Aber jetzt muss ich hier einmal kurz die Decke so ein bisschen weitermachen. Damit wir das auf jeden Fall schon mal so ein bisschen kleinen Haken hinter machen können, weißt du. Und danach können wir einfach, danach können wir mal das andere, was ich noch geplant hatte, machen. Und natürlich, ich möchte auch nicht, oh, äh, vergessen zu sagen, dass das, äh, andere Video die Tage noch folgt. Ich weiß zwar noch nicht genau wann, aber ich hoffe, dass ich das, ja, ich werde mal sagen, jetzt nicht dieses Wochenende. Aber das danach werde ich die ganzen Info, das ganze Info-Video und den ganzen anderen Kram raushauen, beziehungsweise fertig machen. Da habe ich bis jetzt keine Zeit zu gehabt. Aber das, äh, kommt einfach mal, das kommt, das kommt, das kommt. Keine Panik, das Geile ist ja, oder das Schöne eigentlich ist ja, dass wir keinen Cobblestone mal mit haben. Das heißt, wir müssen jetzt hier doppelte Slabs reinpacken, aber das ist natürlich auch Waynestons. Aber das Schöne ist eigentlich auch, dass uns ja keiner jagt, ne. Wir haben ja Zeit noch und nöcher, das ist ja das Tolle an der ganzen Geschichte. Und, äh, deswegen sollten wir uns die Zeit auch einfach nehmen. Wir sollten einfach auch nichts überstürzen. Ich meine, das ist halt nun mal so, ne. Denn, ja, wir haben einfach Zeit. Wir können es uns leisten. Das ist ja alles gar kein Ding. Alles easy. Und, deswegen, ja, chillen wir einfach unsere Bases und dann läuft das Ganze auch. Und, ja, ich, äh, wollte hier jetzt einmal eben kurz den Dings reinzimmern. Ich muss nun mal aufpassen. Ach, shit, das ist ja schon, äh, äh, hier wollten wir ja gar nichts hinmachen, ne. Hier kommt ja der Dingsbumsterbumsterdings da rein. Das heißt, wir müssen das hier weg haben. Wir müssen da, oh, ja, war doch richtig, das hier weg haben, das hier weg haben. Und da müssen wir dann Cobblestone reinsetzen, wo ich mal eben schnell welchen von holen werde. Dadurch, dass ich ja so intelligent mal wieder war und die alle hier wieder einsortiert habe. Aber das ist natürlich auch alles ganz cool. Alles easy, alles ganz gechillt hier. Ach, Mann. Freue ich mich, dass Minecraft wieder vernünftig läuft, wenigstens. Wenigstens etwas diese Woche, haha. So. Ja, das ist wohl wahr, ey. So. Das ist so geil. Ich merke das selber, wenn ich spiele und aufnehme, ey. Das ist einfach so viel flüssiger. Es hakt fast gar nicht mehr. Ich meine, ab und zu sind nochmal ein paar kleine Hapas, Hapalille drin, aber. Ups. Doppelt gedrückt, das wollte ich gar nicht so. Äh, aber ansonsten. Was haben die denn für Zuckungen da? Äh, aber ansonsten ist das wirklich die geilste Shit einfach. So. Dann hauen wir hier mal wieder die Eisen-Dinge ins Tabums da rein. Davon muss ich wohl auch gleich nochmal welche machen. Siehst du, weil wir gar keine mehr haben, ey. Das ist ein Dart. Na gut, ähm. Wir haben ja noch ein bisschen was. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kriegen wir gleich mal 16. Das reicht wohl auch. Ah, Nase juckt. Ah. So. Dann klatschen wir den ganzen Käse hier noch rein. Zack, zack, zack. Und hier machen wir das so. Und hier machen wir das eben so. Ey, ich sag dir, ich sag dir also, ey. Das schockt dir gerade voll. Alter, Mann. Hätte ich nicht gedacht, dass Minecraft mal so schocken kann. Dein Quatsch. Natürlich wusste ich doch. Sonst hätte ich das ja gar nicht erst angefangen, weißt du. So. Jetzt packen wir hier aber mal eben nochmal ein paar Drappenstufen hin. So, mach ich mal bis hier erstmal, um zu checken, was danach noch kommt, ne. Man weiß es ja noch nicht, genau. Das steht ja noch in den Sternen, ne. So. Da, 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 dann. Zack, zack, zack. Zack, bumm. Schnippe, die, schnipp. Bam, bumm. Zack, zack. Oh, hatte ich schon. Schnipp, schnipp. Ups. Das war nicht richtig, du Bauer. Was machst du denn hier? Da. Und hier, der war auch nicht richtig, du. Der muss auch nochmal ausgetauscht werden. So, da haben wir das. Sehr nice Sache hier. So. Ja, hier kommt ja nachher noch wieder der andere Kastengedönse rein. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal drei Kanäle. Drei Kanäle und dann kommt danach der ganze Rest. So. Das ist doch schon mal ganz cool so. Ich hab ja hier noch ein Schild im Inventar. Dann können wir das da nochmal loswerden hier. Was haben wir denn? Gleis 2a. Gleis. Ach, jetzt muss ich wieder übers Mikro, übers Mikro reichen. Sekunde. Gleis 3a Richtung Punkt, Punkt, Punkt. So. Ja, ich musste gerade, ähm, äh, übers Mikro reichen. Deswegen habt ihr mich wahrscheinlich gerade nicht so richtig gehört. Aber das ist ja auch gar kein Ding. So. Wir machen uns mal eben auf den Weg nach draußen. Ach, schön. Es ist wieder Tag. Was geht hier denn ab? Eier-Batterie? Ey, geht mir ganz schnell auf die Eier, ey. Hä? Hä? Sind das... Ei. Ach, das ist... Ach, das ist das neue Logo da. Das ist das... Das ist das neue Logo. Das sind die zwei Eier. Alles klar. Gut. I got it. Sehr schön. So, ähm. Oh. Oh. Sollen wir mal eine Runde... Ach so, was ich ja noch mal machen wollte, war, ich wollte mir sowas hier machen. So eine Schere. Genau, das wollte ich mir nochmal machen, weil wir wollen noch ein bisschen Wolle haben. Für das nächste Vorhaben. Oh, oh, oh. So, ich weiß gerade gar nicht. Ah, okay. Ne, alles gut, alles gut, alles gut hier. So, ich wollte eigentlich sagen, ich wollte mal kurz da hin. Ach, das ist schon naked hier, das Schaf? Dann machen wir das hier auch mal naked. Haha. Genaked. So, ähm. Dann wollte ich hier einmal kurz hin und mal ein bisschen Stuff holen. So, hier können wir ja eigentlich schon mal ein bisschen was an, äh, Dings probieren. So, das sieht ja alles schon mal ganz gut aus. Aber meine Taschen sind voll, dann machen wir das hier mal alles so ein bisschen leer. Und, ähm, was können wir da noch wegschmeißen? Hier so ein Stick, da können wir ja nochmal hier so ein bisschen, äh, Dings sind. Ah, jetzt haben wir alles wieder frei. Das ist doch sehr gut so. Alter, ich feier das hier gerade Es bringt hier richtig Fun, Leute Ich sag dir das, wenn ihr an meiner Stelle seid, ihr wüsstet, wovon ich rede Oder ihr guckt euch das Video an, was ihr hier natürlich hoffentlich tut Und ordentlich kommentiert, dass ihr das hier genauso viel Spaß bringt So, jetzt hab ich natürlich die Taschen wieder voll Scheiße, ey, was können wir da nicht rauswerfen Ich hab keine Ahnung Leder brauchen wir nicht Unnützes Brauchen wir nicht, also jetzt nicht Das heißt aber, ich kann ja hier schon mal wieder ein neues anpflanzen 64 Dinge haben wir ja schon wieder Das heißt, ich kann ja hier schon mal wieder Ne Runde Deinen ganzen Käse wieder anbauen Damit wir für die Zukunft Für die Zukunft wieder ein neues Stuff haben Damit wir da nicht wieder warten müssen Und gnadenlos verhungern Weißt du, einfach so Und deswegen knallen wir den ganzen Käse hier nochmal wieder rein da So, zadalalam Bumm, bumm Guck, da ist das Feld schon wieder gepflanzt Und, äh Ja, dann hauen wir hier auch nochmal gleich ein bisschen was weg Da können wir das ja auch schon wieder gleich sehen, ne Oder? Was meinst du? Was meinst du? Aha, aha So Voll hyper gerade Ähm Oh, hier können wir schon mal sehen So, ich glaube meine Taschen sind auch gut fast voll hier Was der Stoff hier angeht Deswegen Äh Äh, ja gut Ein bisschen geht noch Einer geht noch Einer geht noch rein So, das geht alles noch rein hier So, aber danach ist Schluss mit lustig Ah, einer geht noch Einer geht noch Einer geht noch So Jetzt ist aber gut Jetzt ist Schluss hier mit lustig Weil ich hab auch meine Dings nicht dabei Deswegen ist das alles Wayne Stance Einfach Weil das ist ja alles egal Weil wir haben ja jetzt erstmal genug Stuff Und deswegen können wir das erstmal ganz gechillt angehen Oh, hier sind wieder So Ach, du wirst noch naked hier, oder was? Sowas cooles, wa? Laufen nackte Schweine rum Das ist doch auch mal cool, oder? So, äh, nackte Schweine Nackte Schafe, wollte ich sagen So Äh Ah, Wolle haben wir hier da noch Okay Diamantos Ah, hier hab ich auch noch Eisen Geht da, die nehm ich mal mit Das Eisen, das lass ich mal hier Das rohes, rohes Steak Und Gedönse Ups Hä? Ach, da Yo Alles klar So, das Steak Das packen wir mal da Rinder in die Kist So Weizen Ach, wir haben ja noch Weizen Ein bisschen was Äh Und das hier haben wir auch noch Das kann ja eigentlich Naja, egal Das lassen wir erstmal da Ähm Danach Brauchen wir Ein wenig Eisen Wieder in die Tash In die Tash Brauchen wir ein bisschen Eisen Ein bisschen Eisen In die Tash Da haben wir ein bisschen Eisen Machen wir mal Hälfte Damit wir das nicht alles So gleich verbraten, ne? Und dann wollte ich ja eigentlich Was machen War das hier in der Kiste? Nein, es war nicht in Ah, dieser Kiste Ah, mich juckt es gerade so Ähm, das war auch nicht in diese Kiste Jetzt muss ich mal eben überlegen Wo hab ich das denn hingetan hier Ah, hier Hier Gravelle 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 Wollte ich ein bisschen was haben Ich glaube, ich nehme mal am besten Zwei Stacks mit Just in case Falls wir es brauchen Und dann Oh, guck mal Mit ein bisschen Nebel Ne, wenn die Fantasie das so zulässt So, naked Ha, ha, ha Du bist ja nackt, du Schwein Äh, du Schaf Hey Ha, du bist ja nackt Was ist das denn los hier? Hm Psst Wir gucken dem Schaf auf den Hintern Aber nicht weitersagen Komm, da ist noch eins Ja, mäh 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 So Hab ich die Wolle mitgenommen? Jupp Jupp, jupp Gut, gut, gut Was haben wir hier? War doch noch Vorher noch irgendwie was Weißes Naja, egal 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 So Oh Da war ein Vogel Habt ihr ihn gehört? Ich hab ihn nachimitiert Gerade Da ist noch ein Schaf Da komm ich nicht hin Gut, ähm Ich wollte hier nämlich folgendes machen Ich wollte hier das nämlich mal fertig springen Ne Einfach nur, weil wir es können Natürlich Auch Ähm Und zwar Dass wir diesen Tunnel einfach mal Weil das nervt mich schon die ganze Zeit Wo wir hier immer lang laufen und so Und deswegen hab ich mich jetzt entschlossen Komm, Alter Das machst du jetzt mal Da schwingst du jetzt mal dein Zärtliches Hinterteil Und machst diesen Shit Ja einfach mal fertig Und dann ist das alles im grünen Bereich Und dann kann man das auch wieder anbieten hier Dann ist das auch mal wieder ein bisschen mit Niveau Ein bisschen mit Ja, Schönheit und so Weißt du ja Und dann ist das alles gut Und deswegen machen wir das jetzt einfach mal Und deswegen machen wir das jetzt einfach mal Genau So Dann ballern wir hier nämlich wieder den ganzen Kieseln Ich dachte den können wir ja eigentlich ganz gut hier durchlaufen lassen Das ist ja eigentlich gar kein Thema Wenn der hier weiter läuft Das ist ja eigentlich ganz cool Weil das dann alles identisch ist Und danach müssen wir mal gucken was wir Ähm Dann müssen wir mal gucken was wir an die Seite machen Guck mal Jetzt haben wir hier einmal durchgehen Ich würde gerne Ich würde gerne eigentlich Eigentlich würde ich das so machen wollen Pass mal auf Ich probier das mal eben D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d Ich höhle das mal hier eben so ein bisschen aus So, 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 so La, 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 la Immer schön im Kreis Bla, bla, bla So Und dann können wir nämlich hier Und da Und hier Und da Oh, das war ein bisschen tief Halt, stopp, halt, stopp, halt, stopp So So tief wollten wir ja gar nicht So Und da